Die beste Abkürzung in Mario Kart. Wusstet ihr, dass man in Mario Kart Wii auf der Strecke Vulkangrollen mit einem kleinen Trick fast das komplette Rennen skippen kann? Dazu dreht man am Anfang einfach um und fährt in die Lava. Danach springt man über die Rampe auf den Felsen links neben der Ziellinie. Wenn man jetzt vorsichtig am Rand des Felsens langfährt, wird das einfach mal als Runde gewertet. Der Trick funktioniert, weil das Checkpoint-System vom Spiel eine gravierende Schwachstelle hat. Befindet man sich vor dem Ziel und schafft es irgendwie hinter das Ziel zu gelangen, ohne dass man dabei über die Ziellinie selber fährt, denkt das Spiel, man wäre eine komplette Runde gefahren. Auf anderen Strecken kann man diesen Trick auch anwenden. Auf der Strecke Pilzschlucht muss man auf den Berg springen, um seitlich am Ziel vorbeizukommen. Auf Varios Goldmine kann man auf dieses Rohr springen und wird dann hinterm Ziel wieder abgesetzt. Und auf Kokosnusspromenade... Ähm, ja. Ich glaube man kann wirklich sagen, das ist...